Hallo und herzlich willkommen zu einer Livestream-Erkündung. Ähm, hört heute 24.05.218 Livestream ab 20 Uhr auf Twitch. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Was wollen wir heute schön spielen? Rainbow Six Siege ist heute das Hauptthema bei uns im Livestream. Ein Problem haben wir wirklich eigentlich. Ich kann während dem Rainbow Six Siege spielen keine Chat. Ich kann das nicht vorlesen, kein Chat. Also, das sage ich euch gleich. Ihr könnt im Chat schreiben, was ihr wollt. Ich kann das nicht vorlesen. Aber ist ja nicht schlimm, findet ihr. Aber trotzdem werden wir heute ab 20 Uhr auf Twitch Rainbow Six Siege suchen. Bis etwa 22 Uhr mal schauen. Rainbow Six Siege ist heute das Hauptthema. Genau. Ja, weil Shooter-Dienstag haben wir heute wieder. Und darum Rainbow Six Siege. Äh, mehr habe ich auch nichts zu sagen. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würden heute auf 20 Uhr auf Twitch. Bis bald meine lieben Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.